hallo herzlich willkommen ich bin der semtex wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer folge team deathmatch COD ghost auf der karte containment ja ich hab sie jetzt seit zig wochen nicht mehr gespielt weil es einfach nicht mehr so der spaß macht ja es wird nur noch gekämpft es wird nur noch die mg und thermal und was weiß ich was alles aber ab und zu bis rumballern muss schon seien jetzt an den jungen burschen mal den arsch aufreißen dass sie gerne wissen muss lang geht wenn der papa hier mal auch mal ein bisschen rum zockt ich spiele mit der cbjms und wird versuchen den burschen hier das leben schwer zu machen ich habe als einstellung habe ich den hardliner den lagebereich tod stille beweglichkeit fingerfertigkeit und die vorbereitung das finde ich jetzt für die cbjms die beste einstellung eigentlich weil sie halt doch viel claymores und c4 schmeißen und alles mögliche und um sich abzusichern beim campen dann siehst du halt wirklich doch haben doch was was los ist die cbjms die hat vorgefertigt hat die patronen schaden dass das dick ein extra platz weg nimmt ich habe noch die mündungsbremse drauf und hier zum durchwaschen ist es fast finde ich die beste alternative und den jungen burschen den campern mal den penis bis lang zum ziehen das ist dass wir wissen was sache ist hier hat gesagt und ja ich wünsche euch viel spaß dabei das ergebnis wird ziemlich hoch ausfallen und ja haut rein ciao euer wuki das geschütze ist einsatzbereit hat kommt verbindung aktiv feindliches hat kommen gesichtet verwendete heint im einflug Verbindete Satcom aktiv! Wach und getötet! 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 Wach und getötet!